Der Typ, den wir da ableuchten sollen. Wer ist denn? Hä? Wer ist denn das? Das geht euch absolut nichts an. Der ist es. Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh. Was soll der schwarze Schuh? Alles, was in seiner Wohnung gesprochen wird, wird abgehört. Achtung, jetzt nicht auf den... Bleiben Sie unten. Jetzt langsam zu fahren. Ich komm mit. Oh, ganz locker. Mach mir den Hengst. Was? Nein. Doch, wie macht der Hengst? Oh nein, Pulle. Er schreckt vor nicht zurück. Mein armes Puppelchen. Apropos Puppelchen, weißt du, wer gleich kommt? Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh. Irgendwas weiß der Fiedelfritz, und das müssen wir rauskriegen. Auf die harte Tour? Du küsst mich, ja. Und ich hab kalte Füße. So, jetzt endlich bumsen Sie. Sie hätten doch das Geschäft mit ihm machen können. Du lusest halt dem Geld und ich bitte mehr. Dadessen bumsen Sie die ganze Nacht mit dem Rum. Können Sie nicht auch mal was mit Ihrem Kopf machen? Der überragende Filmerfolg aus Frankreich. Ausgezeichnet mit dem silbernen Bären der internationalen Filmfestspiele Berlin. Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh. Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh. Wer ist das? Ja, das bin ich. Der Film, über den zur Zeit ganz Europa lacht, kommt nun auch im Irrtheater. Er kommt garantiert. Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh.